Ich will wieder die schönen alten Killer. Und damit bleib ich nicht die Spucktante. Grunde der Fallensteller, der ist so krass. Der macht gar nichts. Ja, aber die Fallen sind scheiße, wenn du irgendwo hängen bleibst. Na gut, aber der ist nicht so... Und die machen eigentlich grundsätzliche Falle. Hinterwälter. Gut, er geht noch. Kettensäge, ach der. Ja, oh. Der kann ich aber mit einem Schlag... Das ist der, nee, das ist nicht der mit der Kettensäge, sondern der mit Kettensäge und Hammer. Der ist nicht so stark, wie der nur mit der Kettensäge hat. Gehst du? Der kann nur mit der Kettensäge stürmen und Sprinten haben. Hast du dir jetzt die Kretze geholt? Ja, ich sag's dir. Mann, nein. Es lädt, es lädt. Oh, ich hab dich, glaub ich, bei mir, oder? Ach, hab ich auch vergessen. Mist. Wen? Mich oder? Ja, ich hab einen Klon vor mir. Ja, da, ich seh dich. Wohin? Los. Ähm. Führe mich an. Führe mich an und ich renne weiter, weißt du? Oh, oh. Oh, fuck. Nein, fuck! Oh, scheiße! Pass auf, der ist hinter dir! Ey, was ist das für ein Arschloch! Es kann doch nicht sein, dass ich immer wieder bei dem scheiß Kieler springe. Hilfe! Ah! Der ist direkt hinter dir. Heißt. Hat er euch beide, oder was? Ja, wir waren ja beide zusammen. Und dann hab ich nur noch was gehört. Der geht jetzt in eure Richtung, aber, ja, jetzt geht er schneller. Der geht gezielt zu euch. Was ist das denn? Kannst du mich auch so heilen? Auch wenn du am Boden liegst? Warte. Nee, ich kann nur mich erholen irgendwie. Warte, warte, jetzt. Finde Hilfe. Nee. Geht nicht. Ich versuch's. Sag mal, was liegst du in mir drin? Oh ja, den anderen hat er bei Wichter. Musst du dich beeilen. Fuck. Wir liegen übereinander. Ich weiß nicht, wen du gerade erwischt hier. Der kommt! Der kommt! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh fuck! Das wird ein kurzes Match, glaub ich. Boah, ich glaub so schnell hat er noch nicht gewonnen. Leck mich! Nehmt er mich! Nehmt er mich? Nehmt er mich! Wiggle, wiggle, wiggle! Alle liegen so am Boden! Du Arsch! Der hat gerade festgestellt, dass so zwei lagen. Ja vor allen Dingen, der hat bei mir den Fokus nicht gemacht. Was macht der denn? Er will mich leben lassen. Hast du ihn gebissen? Hast du ihn gebissen? Ja wahrscheinlich ist ihm das zu schnell, das Match. Ne, mich will er auch spießen, der Arsch! Ey, du blöd Mann! Wieso wirst du nie leben und mich nicht? Er kommt nicht! Doch, doch! Er kommt! Ja, er steht da und guckt euch an, glaub ich. Guckt euch zu! Das Mann! Er sagt du so schnell machen! Holt mich mal einer bitte! Guck, er ist nicht böse! Er ist nicht böse! Ist nur der Killer hat mich aufgehangen, aber er ist nicht böse! Nein! Ist ein netter Killer! Ich mein gut dafür, dass er jetzt nicht dreckig ist. Kannst du noch? Kannst du noch? Ein Drittel... Ne, ein Viertel. Wofür habe ich runter? Der andere kriecht da hinten nur rum! Soll zurückkommen? Nils, dann renn du zu dem anderen! Oh, scheiße! Renn du zu dem anderen! Ich, äh... Ich bin gleich auf der Hälfte! Ich, ich, ich hole sie runter! Genau, geh mal zum Killer, solange! Aua! Wie Aua! Wie Aua! Mann, ey! Er ist doch böse! Er hat mich! Er will mich aufschließen! Warte mal! Oh, oh! Kann ich dich heilen! Warte, warte, er kommt! Er hat mich an das gleiche Ding... Ich werde infiziert mit zickes Blut! Das Ding ist nicht steril! Warte, ich komm! Ich versuche es zumindest! Wir dürfen nicht rennen, wenn wir abhauen! Wir haben genug Zeit, äh... Normal! Ja, ist relativ, ne? Aber ich muss ja auf dich zu rennen! Ich muss dich ja irgendwie... Ja, ja! Warte, du blutest! Du kannst dich doch selbst heilen! Ja, ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Machst du das doch mal! Hör auf dich selbst zu heilen! Ich bin schneller! Wo ist der hingegangen? Weißt du, direkt danach bin ich dann kaputt! Ups! Du bist schneller! Ja, ich seh's! Danke! Was macht denn der Killer? Der dreht sich da vor den Typen im Kreis! Hat der denn aufgehangen? Achso! Ja, der wartet, bis einer kommt, den zu helfen wahrscheinlich! Der ist aber auch schon halb runter! Ja, wenn der jetzt... Kannst du mich heilen? Ich kann's versuchen, ja! Boah! Mach es doch auch mal, Mann! Ich drehe mich hier die ganze Zeit! Oh, der ist entkommen, der eine! Ne, den hab ich gerettet! Oh, ich glaub, der... Scheiße! Scheiße! Oh! Ich hab aber jetzt gesehen, der war da hinten! Ja, der ist leider nicht dran! Ich war etwas panisch, dass er auf der anderen Seite ist! Hier ist ein Generator aber sehr offen! Oh, leck mich am Arsch, dieser blöde Generator! Er hat uns sowieso schon mal halb getötet! Oh, ich glaub, wenn wir zwei hier machen, dann kann übrigens einer einkommen! Oh, da hinten ist er! Oh, oh! Aber der will mich nicht! Ja, bei mich vielleicht! Weil mich hat er aufgespie... Scheiße! Mich hat er aufgespießen! Wenn du kaputt gehst, dann krieg ich Kooperationsaktionen noch! Scheiße! Der ist gerade an mir vorbeigerannt! Mit der Kettensäge in der Hand! Und ich bin am Reparieren hier den Generator! Der stand... Ja, aber der stand direkt bei uns gerade! Hast du das nicht gesehen? Ja, aber ich hab ihm gesagt, dass ich friedlich bin und so und der auch! Achso, verstehe! Ich stell mich hier schon mal direkt neben den Dinger aus! Ja, das muss man machen! Sieh mal Steuerung ein bisschen drückt drauf! Ja, ja! Du bist friedlich! Du bist nicht friedlich! Ne, nicht wenn ich der Killer bin! Aber... Ja, ja! Ich hab den Toten zerstört! Ich glaub, er will dich töten! Wen? Silke! Echt? Also ich hab den ersten Generator! Ich hab auch gleich einen! Kann ja wenigstens einer entkommen! Vielleicht will er, dass einer entkommt! Dann will diesmal ich da sein! Ich brauch auch die Punkte, für den wir zählen werden! Egent einer wird gesägt, oder? Ich hör ja irgendwas, oder? Isaac, oder? Bist du auch hier? Ja! Warte! Der mag mich ja, also! Hast du gesehen, wie ich mit dem kommuniziert hab? Ja, ja! Genau! Ey! Ups! Ich dachte, du bist da so gut drin! Manchmal! Oh mein! Oh, gerade so! Wir haben jetzt aber nur... Ne, wir haben jetzt zwei, ne? Ähm... Dann haben wir drei gleich! Mann! Ich baue! Ich versuch grad einen dritten zu machen! Oh, da hinten läuft er! Der rennt wohl hier vorbei! Das ist so geil! Hä? Der ist vorbei gerannt wieder bei mir! Jesus Spiegel! Der rennt hier einfach nur rüber! Ja, aber bei mir bin ich mir nicht sicher! Mich hat doch schon mal aufgegangen! Also wenn er mich aufhängt, bin ich kaputt! Deswegen... Ist hier noch einer? Ja, hier ist noch ein Generator! Wo bist denn du? Ich hab Angst vor dem Ding! Ich bin aber schon... Ich denke mal, der killt uns kurz vor Ende! Ich denke mal, der killt uns kurz vor Ende! Ich denke, der macht uns da... Der macht uns da... Ja! Ja! Ich renne einfach zu dem Auto! Der ist ja letztendlich auch sehr gut zufrieden! Der ist ja auch sehr gut zufrieden! Der kann doch nur einen killen! Also... Der anderen können dann easy entkommen! Ich weiß aber nicht, wo der Ausgang ist! Der wird dann angezeigt, wenn wir alle Generatoren haben! Also ich hab gleich meinen! Wir auch! Ich glaub, wir haben heute Nacht irgendwie alle Freizeitkiller oder so! Freizeitkiller? Was? Ja! Ja, so... So Ferienkiller oder so! Ich hab ne! Oh, da hinten läuft er! Generator ist durch! Da hinten ist die Tür! Wirke, wir gehen zu der Tür hier! Da ist er aber doch! Wo denn? Ne! Ja, direkt vor dir in der Richtung ist er doch! Ich geh da hin! Ich bin hinter dir! Wird wahrscheinlich gleich gemetzelt, damit du laufen kannst! Ich hoffe mal, ihr rettet mich dann! Aber der eine Typ, der ist am Verbluten! Wo ist denn der? Den müssen wir doch retten! Weiß ich nicht! Oh, der macht ja auf! Achso! Papa, das bist du, oder? Ich bin da! Ich mach auf! Ich hab halb auf gleich! Oh, scheiße! Was denn? Nein! Nein! Ach, ne! Ich wollte stehen bleiben! Scheiße! Jetzt bin ich aus Versehen! Ach, Mann! Schatz, tut mir leid! Was ist mit dem einen? Ja, bis du mich grad niedergemetzelt worden? Ne, ne! Den anderen Typ da, dieser Eino! Ja, du bist doch grad am Aufgang niedergemetzelt worden! Nein! Das ist der andere! Ach, da war er das! Heiß ich Eino? Ja, wie seh ich das denn? Das war genau dein Typ! Das steht doch da unten drunter! Ja, ja, ja! Er lässt ihn raus! Er bringt ihn zur Knappe! Er bringt ihn zur Knappe! Er bringt ihn raus! Er geht raus! Ja, ja! Ey, du hättest doppelt Punkte! Oder mehr Punkte bekommen! Aber du bist immer noch drin, oder? Oder bist du auch raus? Ne, du bist auch raus, ne? Oh, man! Aber so macht es doch irgendwie Spaß! So ist das Ganze irgendwie lustig, finde ich! Es ist aufregend auf der einen Seite. Get dropped? Ja. Das habe ich auch gedacht. So, hm. Er hat ihn da drauf geworfen und er rennt zur Tür, der Trottel. Hast du noch was geschrieben mit dem, oder was? Ne, der Hose ist losgegangen. Also der, äh, der Heißer? Killer. Nein! Ja, ja, ja! Um auf den Punkt genau auf Level 8 gekommen. Ne, Moment. Drei Punkte drüber, okay. Oh mein Gott. Bei mir reizt's nicht, nein. Ich könnte diesen typischen Typen knutschen. Inspektor Billy, ich merke da diesen Namen. Bei mir reizt's noch nicht, scheiße. Uiuiui.